Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja, im letzten paar Zähne sind wir hier angekommen, haben einige Sachen schon erledigt. Jetzt habe ich eine Sache vergessen, nämlich den Guide öffnen. Why ever I forget this shit? Ja, aber erstmal gibt es eine Entdeckung. Stein der Wahrheit. Mit Wahrheitssalz. Eine seltsame Salzart, die süßlich schmeckt. Wenn Lügner daran lecken. Joa, ne? Also wenn das so ist, würde ich die ganze Zeit lügen, ne? Süße. Wie süßlich mundet doch Betrug. Schau das an! Es sagt, dass wenn ein Lüge dieses Salz riecht, es schmeckt total süß! Es gibt keine Lüge in unserer Gruppe, Pascal. Na, wir können es versuchen. Jeder gibt es einen Lüge. Ich kann nicht warten, um zu sehen, wer ist ein großartiger Lüge! Ich bin auf. Sehr gut. Wenn ich muss... Oh, so salty and gross! What about you, Asbel? Oh, yeah, salty. Ich hatte zu viel. Blech. Blech. Everyone could taste it? It's salty, isn't it, Sheria? Uh, wow, it is so salty! Blech. Sheria, you're acting a little odd. Huh? What? No, I'm not, I'm fine. Let's talk about Captain Malick instead. Are you okay? You need to watch your blood pressure. Hey. Tja, und jetzt muss ich erstmal noch, äh, die richtige, den richtigen Abschnitt finden. What? What? Wallbridge Bruins, da waren wir ja kürzlich. Oh, äh, ja. Hey? In welchem Kapitel befinden wir uns? Und das haben wir schon die ganze Zeit. What? What? Ach so. Ich hab total verpeilt, dass, äh, wir doch schon in der Steinwüste sind. Ich wusste nicht, dass wir vor diesem Gebiet sind, aber ich wusste nicht, dass das Strada im Namen ist. Deswegen hab ich hier einfach Strada geskippt. Ist natürlich nicht so toll. Oh Gott, ich weiß trotzdem nicht, ob das jetzt richtig ist. Warum vergesse ich auf einmal, das nachzugucken? Ich denke mir, wir sind hier gerade am Anfang von Kapitel 4. Und müssen ja sowieso diesen Brief... Kann ich nicht irgendwo nachgucken, welchen verdammt Skit ich zuletzt hatte? Nee, ne? Oder allgemein so eine Skitliste? Wenn in Bibliothek. Das wäre nämlich auch mal interessant. Nö. Das... Oh, wobei, das ist doch... Nur das Monsterbuch. Entdeckerbuch, Album. Nö. Schade. Ich würde gerne die Skitze sowieso irgendwie mal so manuell aufrufen können. Gehen wir erstmal in die Wüste. Was ist denn ein Rockagong? Die Militärin ist ausgelöst wegen eines Rockagong-Monsters. Ich weiß gar nichts über das, aber ist es wirklich so gefährlich? Es ist kein einziges Monster. Es wäre nicht ein fairer Kampf für uns Menschen. Hast du eine Idee, warum, Kapitän Malek? Es ist nur etwas, was ich gehört habe. Ich glaube, dass wir es verstehen werden. Als nächstes wir Augen auf es legen. Tja. Wird noch... Atemberaubend. So, was haben wir hier? Luft, Gefrier, Gefrier... Wo hatte ich jetzt nochmal... Oha. Oha. Du machst etwas Schaden? Habe ich die Schwierigkeiten ein bisschen hochgestellt oder was ist los? Nicht, dass ich wüsste, womit ich der Einzige, der hier irgendwie Schaden bekommt. Du bist so stark, Asbel. Nicht überhaupt. Du kommst wirklich zu deinem eigenen. Er hat nicht gegenseitig. Phantom-Impuls-Titel. Und zwei Rüstungen wurden gehärtet. Ich bin der Meinung, die Schwierigkeit ist immer noch auf... ...auf das, was es vorher auch war. Auf normal. Option, ne? Option. Auf normal. Ich glaube, der wird auch die ganze Zeit auf normal bleiben. Joa. Sind ein paar Gegner. Unerforschtes Samtgebiet. Beachte mich einfach nicht, Scorpion. Beachte mich einfach nicht. Holy shit, gibt es hier viele Gegner? Warum beachten die mich nicht? Keine Entdeckung? Ah gut, nehme ich euch auf den Rückweg mit. Ich finde es gut, dass sie einen hier ignorieren. Warum auch immer. Meister Toni kommt C, nehme ich immer. Da geht's aber was Schönes. Mein Gott, hab ich Glück! Ravenscarter. Ja, der war aus Whisperia. Wir werden überleben. So. Du hast eine Eheartsschläche. Du hast eine Eheartsschläche. Ja, mein Ton ist auch wieder grad schön. Ich sehe grad, wie viel Leben ich habe, Alter. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein oder so. Was? Okay. Ähm. Lassen wir uns einmal kurz noch Game Over machen. und fangen nochmal von vorne an. Und fangen nochmal von vorne an. Okay. Das ist toll. Wow. Okay. Ich könnte zwar hingehen und die Kiste wiederholen, aber das lasse ich doch mal. Das lasse ich doch mal. Können wir den Skid nicht irgendwie beschleunigen? Ja. Den kennen wir ja jetzt schon. Ähm. Muss ich halt irgendwann anders machen. Und äh. Ist ja nicht so, dass ich die ganzen Tränke gerade irgendwie einsammle, weil... Weil das ist so. Ich hab ja sowieso ein paar hergestellt deswegen. Aber dich besiegen wir dann doch mal. Nochmal. Und warum auch immer ich gerade plötzlich 8 SK bekommen habe. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich mir nicht gefallen würde, aber... Ja. Die Gegner hier sind doch etwas angenehmer. Besser als die eben. Oh, diese? Well, lass mich denken. Oh. Ich weiß. Du bist leid. Oh. Ich weiß. Du bist leid. E-Arts. Ich glaub den Gefrierschlag hatte ich irgendwann sowieso rausgenommen, weil... Ich mir so dachte, yo. Werde ich eh nicht benutzen. Und jetzt kommt überall Gefrier. Anfällig für Heat. Ja, ne. E-Arts. Das würde ich mal behaupten, weil... Damit liebe ich momentan noch am meisten. Ich mag die FP, die wir hier bekommen. Ja, definitiv. Die sind schön. Ach, und die letzte Aufnahme ist schon so lange her. Kein Wunder, warum ich den Guide vergessen habe. Und ich bin immer noch Wochen im Voraus. Mit der Aufnahme. Ich verstehe sowas nicht, aber gut. Ja, ich vergaß. Ich habe ja den Banditen auf der Liste. Deswegen habe ich den Eber nicht angerufen, weil irgendwie dachte ich, ich hätte den Eber, aber... F-P-P-Bonus. Ich freue mich, dass ich jetzt die ganze Zeit über 100 bekomme. Segensscherbe 2. Das finde ich gut. Ja, jetzt sollte ich aber auch immer wieder auf den Guide gucken. Alter, das ist wieder so eine... Ungewohnte Sache, dass ich das mache. Aber... Wisst ihr, was jetzt Fuck ist? Ich habe die magische Karte Nummer 20 nicht mehr. Ja. Das ist das, was mich gerade aufregt. Du klickst da einmal rein, kriegst du magische Karte Nummer 20. Und jetzt hast du sie nicht mehr. Das ist sehr schön. Ja, ja. Wir haben es geschafft, Sharia. Kann man aber nichts machen. Tomate und Weißwein bekommen. Und Donnerbeben gelernt. Nice. War ein neues Art, ne? War das ein neues Art? Ja. So, wohin gehen wir? Gehen wir hier unten weiter? Kritischer Hauding. Ihr habt ja alle noch. Bei Pascal ist auch gerade fertig. Schön, dass ich das irgendwie mitbekommen habe. Nimmst du das hier? Arz! Donnerbeben. Ein Sprung. Dann ein blitzdurchdrungener Schlag. Nach unten. Ich würde sagen, wir können dadurch... Ich weiß nicht. Plasmaschark? Ist ja nicht blitz. Haben wir auch lange nicht drin. Lass Donnerbeben rein. Ja, komm. Einfach weil es so. Hier haben wir immer noch nichts Neues, ne? Also lassen wir es. Reden wir mal mit Leuten. Oder ich will trotzdem mal durchgehen. Ich meine, die Gegner greifen einen ja nicht an, ne? Könnte ich ja einfach... Wenn, müsste ich ja auch mal gucken, wie man flieht. Weil ich will gerade wissen, ob wir die Karte wiederbekommen oder nicht. Oh Mann. Karte. Dann auch noch Ravens sein, naja. Die will ich unbedingt haben. Sicherheitshalber einmal speichern, ne? Dann müssen wir nicht alles nochmal machen, was wir eben hatten. Fuck, ey. Ich will die Karte haben. Jetzt bekomme ich 100% Abfall. Eifel nur das Ding einsammeln und sofort zurückgehen. Aber ich find's gut, dass diese Gegner uns dann ignorieren. Oder gerade ignorieren. Obwohl sie total übelst viel stärker sind. Und uns eigentlich K.O. hauen könnten. Wie es ihnen blieb. Wie es ihnen blieb. Warum ist da jetzt nichts? Oh mein Gott, das ist uncool. Warum ist da jetzt überhaupt nichts? Ist ja nicht so, dass ich die Karte nicht habe gerade. Hm. Mhm. Aber hier ist jetzt was. Aber natürlich nur ein Gummisorm. Hier soll es noch etwas mehr geben. Oh, komm schon. Karte. Dache Schuppe. Ah. Hier gibt's schön viele glitzernde Sachen. Ich wohne, dass das hier jetzt momentan keine Gegner sind. Aber yeah, hey. Jetzt noch geil. Kaum sage ich, hier sind kaum Gegner, kaum Gegner. Kannst du nicht einfach auftauchen, Karte? Ja. Ist total scheiße. Aber bekomme ich die gerade mal und dann sowas. Oh oh. Der hat mich gerade gesehen, ne? Und Pfirsich. Das heißt, sie können einen doch angreifen, wenn sie wollen. Oh, noch ein Speicherpunkt. Arcana Trank. Jo, ne. Okay. Und noch Verste Ruin. Was könnte das sein? Sieht wie ein altes Relic. Oder Ruin. Hey, y'all. Schau mal diese Relief rund der Garten. Diese müssen eher Ruin Marcianen sein, ja? Wie die unter Wall Bridge? Sie wissen von diesen? Heck, ja. Ich habe sehr viele Explorungen. Aber... Sieht wie diese Entrennung ist all geschlossen. Und ich sehe keinen anderen Punkt. Ich glaube, ich werde diese für nächste Mal wiederholen. Siehst du nicht? Es könnte eine Minute bevor wir zurückkommen. Nein, das ist okay. Ich bin einfach glücklich, dass wir ihn in den ersten Platz gefunden haben. Weil wir dann einen Stempel bekommen. Den ich gerne hätte. Ja, du Alligieren. Wir haben ja Pfirsich, Tomate, Weißwein, Rindfleisch. Machen wir Borscht. Machen wir Borscht. Why not? Weißwein mit für... Das würde ich ja auch. Mhm. Einfach mal herstellen. Ja. Warum sehe ich nicht, was das machen würde. Und dann machen wir das. Und... Machen Stahlmesser. Wo ist denn jetzt die Segensscherbe? Da. Ja. Segen 2. Erholungsartefekt. Machen wir einfach. Und der Rest braucht noch eine ganz große Weile. Gut, es hieß, wir sollten jetzt wieder zurücklaufen oder transportieren. Ich... Ich mach mal Transport. Sind wir zwar wieder hier, aber immer noch schneller, als wenn wir da jetzt eventuell in einen Kampf geraten. Und eigentlich nochmal alles aufsammeln müssten. Ach, was für ein schöner, kotischer Anfang, wenn man lange Zeit ein Projekt nicht aufnimmt. Ja, ja, ja. Aber man kommt dennoch ein bisschen voran, hoffe ich doch. Ja, ein bisschen campen könnte man auch. Es ist zwar nicht so, dass wir eine Seelenkugel bald bekommen. Aber... Schön wär's. Schön wär's, wenn ich Seelenkugel bekomme. Taumelschlag. Den hab ich wahrscheinlich am seltensten auch mitverwendet. Das sind alle von ihnen. Ich hätte meinen Elf noch auffüllen können, verdammt. Heieiei. Heieiei. Das gefällt mir nicht. Ich hätte meinen Elf auffüllen können. Na gut. Daneben nicht. Hübscher Schal. Das ist ja was Schönes für Pascal. Jaa. Gibt Drachenwiderstand, so ein bisschen gegen die Byrons und mehr ausweichen. Kann man machen. Vor allem ja. Was willst du denn? Hier schon wieder. Ich habe es euch doch schon tausendmal gesagt. Ich bin nicht interessiert. Kennen wir dich? Habe ich irgendwas vergessen? Schon wieder? Ich glaube nicht, dass wir uns bereits begegnet sind. Ich wollte schon sagen, ne? Ich wollte schon sagen. Ihr Regierungstypen seid doch alle gleich. Ihr tut stinkfreundlich. Ihr habt es aber auf meinem Buch seltener Kreaturen abgesehen. Wom interessiert sich die Regierung für ein Buch? Ha. Nur weil es detaillierte Informationen über jede Kreatur der Welt beinhaltet. Wirklich? Welche Art von Kreaturen sind denn darin enthalten? Oho. Ich durchschaue euch. Also ihr seid in Wirklichkeit von der... Von... An den Früchten meiner Forschung interessiert, nicht wahr? Mich irritiert irgendwie so, dass die Textbox grad mit wackelt. Aber klar! Sind alle Forscher so eigenartig? Gute Frage. Dieses Buch beinhaltet mehr als bloß drei Kreaturen von Strada. Wisst ihr... Ich habe die Welt bereist. Zum Beispiel... Seltene Kreatur Nummer 11. Das legendäre Buschbaby. Eine Kreatur, die im tiefsten Wald haust. Das ist ein wunderbarer Name. Aber... Ich wette sie wäre... Troll als Statue. Seltene Kreatur Nummer 51. Codename Quickie. Sie nimmt anderen... manchmal Arbeit ab. Das wäre eine große Hilfe, wenn man damit beschäftigt ist, eine... äh... eine Art zu wirken. Ihr scheint bereits mit diesen Kreaturen vertraut zu sein. Hm? Nein, nicht dich. Ich spreche nur aus, was mir gerade in den Sinn kommt. Tja dann. Jedenfalls habe ich das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Folgt mir. Folgt mir und staunt. Seltene Kreatur Nummer 99. Name unbekannt. Dies ist eine neue, mysteriöse Kreatur, die gerade in Windor entdeckt wurde. Welche Art von Kreatur ist es? Man sagt, es ist eine zweifüßige, menschenähnliche Kreatur, die vom Ende des Greylsees zum anderen schwamm. Das ist ein langer Weg zum Schwimmen. Aber... ich weiß nicht. Das klingt nicht nach einer besonders seltenen Kreatur. Was ist mit euch, kleine Lady? Irgendwelche brillanten Kommentare, die ihr gerne mit uns teilen würdet? Ach was, nein. Also, sie ist nur geschwommen, ja? Oho, da liegt ihr falsch, falsch, falsch. Denn diese Kreatur hat die Gabe, nach Belieben zu verschwinden. Okay. Wirklich? Nordbericht schlenderte sie aus, äh, in dem einen Moment durch dickes Gras und dann Puff war sie weg. Und zurück blieb nur ein kleines merkwürdiges Objekt, das einem Altar ähnelt. Ich vermute, dass es sich bei dieser Kreatur um nichts anderes als ein Mitglied der Lehren, deren Amasiana handelt. Ja, Amasiana. Allerdings, die einzig waren... Tja, eigentlich klingt das nach mir. Ich glaub, mir fällt da grad wieder was ein. Unsinn, absurd. In jeder Hinsicht völlig lächerlich. Aber... Ähm, Pascal, irgendwas... Ach, fuck, ey. Warum... Textboxen? Kann man hier nicht zurückdingsen? Das ist so schade. Ich war... Äh, klar, ich war... Platsch und Plitsch, bevor ich zu den unterirdischen Ruinen gegangen bin. Als ich dich und Sophie traf, war ich gerade auf der anderen Seite herausgekommen. Und dann... Berührte ich sie. Berühren, ja. Ach, und dieses Verschwinden-Ding passiert eben, wenn man die Ruinen mit diesem Gerät betritt. Ach ja, stimmt. Das soll mich doch... Das sind die Tatsachen direkt vor meiner Nase und ich stehe hier und quassle wie ein Idiot. Darüber regt ihr euch auf? Hier, nehmt das Buch. Ich verdiene es. Äh, nicht es zu besitzen. Diese Logik, Leute. Diese Logik. Wirklich? Wow, danke. Hey, habt ihr schon gehört? Eine geheimnisvolle Kreatur soll ganz alleine Turtle-Transporter entladen. Das ist ja schrecklich. Dieses Wesen könnte die komplette Turtle-Transport-Industrie aus der Bahn werfen. Wir werden der Sache unverzüglich auf den Grund gehen. Aber wir brauchen euren scharfen Verstand und eure... Katzenartige Reflexe. Sean unterwegs. Talk about random. Sind sie denn sicher, dass hier nicht bloß jemand Streiche spielt? Wer weiß das schon, mein Freund? Wer weiß? Buch seltener Kreaturen. Ähm, ein wertvoller Text mit Daten zu Jahrzehnten der Forschung an seltenen Bestien. Joa, ne? Joa, ne? Da, ha, ha, ha. Haben wir sowas doch schon mal nice bekommen. Ich muss sagen, das hier sieht nice aus und ich kann mehrere treffen. Gefällt mir. Immer dieses minus 11. Ist ja nicht so, dass es mich freut. Oh, magische Karte Nummer 8! Ich weiß zwar nicht woher dieser komische Typ ist, aber... Carroids Karte. Warum habe ich momentan so Glück mit Karte? Das ist... Wow! Und dann auf der anderen Seite hätte ich jetzt noch Ravens Karte. Hätte ich nicht einfach meinen Gegner gedingst oder zu spät gemerkt, dass sie total viel dingsten und wie haut man eigentlich ab? Ne, jetzt ohne Scheiß. Wie haut man ab? Ich glaube, das werde ich nie wirklich weiter erfahren. Bis es mir irgendwer noch sagt. Wobei ich gerade echt keine Ahnung habe. Muss ich an den Rand gehen und dann irgendwas drücken oder was? Ich glaube, ich habe da hinten noch eine Truhe vergessen, weil der Guide irgendwie was sagte von der Truhe mit Geld an einem Kaktus. Von daher, ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache, aber... Ach, jetzt weiß ich, warum ich die Attacke nicht eingesetzt habe so wirklich. Ich glaube, das ist nämlich die Attacke, die... Bestienschrei. Hä? Nicht die Grabklinge, okay. Ja, dann... Schon wieder eine Elfshub. Hatten wir sich letztens erst einen? Oh mein Gott, warum kriegen wir so wenig FP? Ich glaube, die Titel sind noch nicht fertig. So auf Stufe 4, oder? Oh, da hinten ist eine Pflanze. Ja, und hier haben wir auch eine. Ich mag den irgendwie zu elektrisieren. Schon wieder eine Elfshub. Ja, mein Gott, ist das nicht toll. Ja, Bar of 4. Ach, wie das schönes... Schöne FP. Okay. So. Ja, die magische Karte 20. Muss ich dann wieder ein anderes Mal. Holen. Das ist dann leider so. Oh mein Gott, eine Elfshubende. Oh mein Gott. War ich nicht in Reichweite für einen Demon Fang, oder warum kam keiner? Was hast du schon gelernt? Well, gestern... Warum ist der Kapitän weg? Ja, wer weiß, was der Kapitän alles Sophie beigebracht hat. Hust. Steinsperre Adept. Viel zu viele Titel. Viel zu viel zu leveln. Ah, Finstertronk produziert. Nehm ich gerne. Warst du Arzt? Ne, du warst da ja nicht. Irgendwie alles und nichts. Alles und nichts ist nicht gut. So, Level-ups. Komm auch mal etwas häufiger, ja? Weiß schon gar nicht mehr, wann ich aufgehört habe, so wirklich zu lang. Leveln. Titanfußkette. Wer hatte jetzt nochmal die ganzen... Äh, Ausrüsten ist hier. Fußketten gehabt. Du. Oh, mehr Angriff. Und Insektenwiderstand. Nimm. Und sei zufrieden. Ähm... Okay. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Einfach mal benutzen und dann muss ich auch mal gucken, wie lange der Part eigentlich schon geht. Ha, schon 30 Minuten, mein Gott, ey. Ja, Leute, dann beim nächsten Mal hoffentlich etwas weniger fail als jetzt. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß und Tschüss. Und hier hat es...